Es geht um nicht weniger wie alles. Es geht tatsächlich um absolut alles. Manchmal kommen die Lieder und man nimmt es an und es ist ein Geschenk. Es klingt nicht super esoterisch, aber es ist einfach so. Es klingt wie jeder Musiker und jede Musikerin. Der Song heißt BEFORE WE WERE FRIENDS. Es geht nicht um etwas Spezielles, sondern um... Ich kann es selber nicht beschreiben. Es ist einfach der Herkunft. Ich kann es selber nicht beschreiben. 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 Applaus